so und da bin ich auch schon wieder ich habe das ganze jetzt geschafft und zwar mit schieten ich habe jetzt den sinn sein von da unten abgebaut also es war so richtig fies gewesen hier ist noch lian dran was hier auch hätte auch ein mörderisches problem hier hochzukommen deswegen habe ich jetzt gecheater es gab kein diamant es liegt jetzt vor uns so ein riesiger tempel also ein riesiger tempel so ein kleines haus bewachsen ist und ich würde sagen wir gehen einfach mal hoch übrigens habe ich noch ein hähnchen geklopft das sieht man ja vielleicht so sind wir dann jetzt frei scheint ja nicht so sein das schlimme ist ja wenn du stirbst kommst du nicht mal an nein ach das ist ja cool was wir jetzt machen so rafting of zippara wildwasser rafting geil das ist ja krass das ist cool das finde ich cool das wollte ich eigentlich immer machen auch die form wie er das hier gemacht hat sehr schön nice gefällt mir so jetzt aber langsam mal los hier ja das ist halt das problem bei wildwasser rafting dass man hier mit dem boot zerschöpter das noch das einzigste problem das wird schon mal beheben bei minecraft dass die bodier zu schaffen naja jetzt müssen die frage ist jetzt mich willst gar nicht wissen prof your courage oje das ist doch der tod oder ich will ja ganz ehrlich so runter ach du schüttel ach du schütze oh gott hier geht es weiter so jetzt haben wir hier aber dings hier das brauchen wir alles nicht das hier ne die diamanten nicht sechs diamanten also haben wir plus fünf gefunden müssen wir jetzt hier weiter oder müssen wir da so lang ich glaube wir müssen einfach der spur hier folgen der jungle of kammer das hätte man richtig mit dschungelbäum machen können haben wir hier was ja ein diamant das wird uns am ende wahrscheinlich noch verraten wie viele diamanten wir finden sollten und ja hier müssen wir jetzt so ein ding ach du scheiße das ist ein eine frage kommen wir da auch so hoch nein ich probiere mal kurz was macht das natürlich ja aber wie kommt es jetzt hier rüber das eine das eine plattwerk ist da ein weg ganz schön wenn ich nicht blöde bin na super jetzt schalte ich gleich schon am zweiten so weit ist es schon bei mir so bis jetzt ist ja alles hier oder müssen wir da lang da tut mir leid freunde aber ich bin da nicht so hier noch mal mit den zurückgehen das dauert mir viel zu lange das bleibt immer stehen meine güte sei man nicht so geschafft so jetzt haben wir es ja geschafft wenn jetzt manche leute fragen er jetzt sagt es dort schieten was du da machst das kinderische adventure map ja es ist halt schieten aber ich will jetzt keine alter jetzt habe ich mich gerade erschrocken von dem fieter hinten was wollte ich sagen ihr wollt ja auch nicht da gibt es ja wieder leute ihre trakt es dauert zu lange blablabla blablabla und so nee deswegen macht es mal so und zwar wenn ihr euch halt nicht entscheidend kommt ist mir doch boom im wahrsten sinne des wortes so was haben wir hier semaya village das maya dorf ist ja schön was haben wir hier schönes kann man hier vielleicht hier was da geht es runter hier ist ein friedhof oder ist das ein soll da ist ein friedhof darstellen ich glaube da soll ein friedhof darstellen oder oder kaputte häuser ich weiß es gar nicht ich glaube es ist ein friedhof bloß die frage müssen wir jetzt jump and run oder was ist jetzt hier das sieht mir eher nach jump and run aus aber das hat keinen sinn irgendwie so hier ist nix nee hier haben wir gar nichts hier haben wir nichts keine kiste keine kiste hier kann man übrigens raus aber kann man überall raus aber das hat keinen sinn so hier haben wir fluss haben wir da was versteckt irgendwas haben wir nichts versteckt nee haben wir nichts so jetzt ein bisschen frage ähm wo geht es jetzt hier weiter geht es jetzt hier weiter warte mal ich guck mal da hinten weiter da ging es ja auch noch mal runter oder war da ging es da runter nee nicht so da hinten ging es aber mal weiter au bis jetzt habe ich einen guten eindruck von der map und ja so hier geht es auch noch weiter was denn das hier haben wir auch noch was da geht es überall hoch aber ich guck nochmal hier aber hier scheint ja nix versteckt zu sein deswegen sag ich mal wir gehen mal hier hoch oder eher gehen wir denn hoch wo geht es hier lang hier geht es lang was steht denn da ne 25 ist ja so was müssen wir denn hier machen ach du scheiße müssen wir jetzt ja wohl ding suchen oder wie geht das jetzt müssen wir jetzt hier einen schalter finden das steht doch ein stutter stittel stittel steht doch so jetzt die frage wie geht's denn hier jetzt hallo hier ist irgendwo eine kiste versteckt ich glaube hier ist irgendwo eine kiste ich hatte eindruck dass da oben eine kiste ist aber wie soll man da hochkommen erstmal so die frage hier ja nicht so nah sie bei nicht hoch das ist jetzt gerade leicht verwirrend aber ach guck mal was wir da haben diamant ja aber kein schalter sollen das was soll natt jetzt hier werden so da haben wir doch keine kiste doch bloß die frage ist doch jetzt ne da geht's ja nicht so hoch die frage ist doch jetzt wie kommen jetzt die tür hier rein hier ist doch kein knopf das jetzt leicht verwirrend für mich wieder aber na jetzt läuft doch mal eine fresse na hallo so haben wir ja was hier haben wir gar nix ist denn da oben was aber ich glaube man nicht das wäre sinnlos hier hat mir ja auch nix haben doch schon alles durchsucht das wäre jetzt ein bisschen sinnlos wenn wir hier alles erst durchsuchen müssen wenn es nicht dort steht alles jetzt leicht beängstigend aber hier ist nichts hier ist gar nix nee das scheint nicht zu sein ich weiß jetzt nicht was der entwickler damit meint ich zerstöre einfach mal wieder die tür und melde mich gleich wieder zurück so und da bin ich auch schon wieder keine ahnung wie wo oder wo das ding jetzt war ich habe jetzt einfach die tür kaputt gemacht ist also so jetzt geht es hier runter jetzt geht es hier weiter jetzt sagt nicht da drin wäre der schalter gewesen das wäre noch sinnloser das sind loren das sieg wird auf ecken da muss verschiedene loren es waren vier loren ach nee die hatten wir ja schon hell jetzt ja keine ahnung wo die jetzt hin fährt aber geht hier ab müssen wir jetzt wahrscheinlich hier durch soja das scheint so das ist ja schwierig war das jetzt der richtige durchgang oder das kann voice oh no you hold me again jetzt so naja dann müssen wir halt zurück das führt alles selber hin soja dann muss ich fragen kommst du jetzt wieder hoch ja woher kommst du jetzt wieder hoch hallo so die durch achtigen unserer cool jetzt ist aber es muss noch da lang ne ja jetzt geht es hier weiter das ist ein bisschen leicht verwirren das mit den loren das war jetzt gerade wirklich leicht verwirren ein braucht man die braucht man die wieder oder muss man die jetzt wegwerfen ich weiß ich weiß die mal weg auf irgendeine art und weise kommen die wieder ach so war ich dir ja stimmt halt da hau ab lore hau ab na jetzt haut er mal so jetzt haben wir die weg jetzt geht es hier weiter geht es überall hoch the drums of foltern alter die wörter hier was er verwendet da geht es runter hint go down first also als erstes müssen wir hier runter gehen ziegelsteine ok knöpfe activate this note upstairs haben wir eine kiste hier haben wir 10 diamanten haben wir jetzt also 9 insgesamt ja was das jetzt auch immer bringen wird ich habe keine ahnung was bringt denn das jetzt hier haben wir hier was ne schuch wollte ich gar nicht hä das ist ja jetzt ein bisschen ja keine ahnung das hört man ja nicht wie die türe da aufgeht die tür muss wahrscheinlich aufgehen hä verstehe ich jetzt nicht ähm e a g was f f k g g e was 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 ist das denn ja das jetzt ein bisschen hä hier gibt es ja nicht mal ein lösungswort was ist das denn the gods down first ja aber warte mal was standen da unten dran warte mal activate this note upstairs ja aber was hat das für einen sinn das ist das jetzt ein bisschen scheiße mit den tasten das immer ein bisschen ne das immer ein bisschen glückssache das hin zu bekommen ich wüsste ja doch nicht wie ich es machen soll das ist jetzt ein bisschen sinnlos habe ich gesagt deswegen sehen wir uns gleich wieder wenn ich das ding zerstört habe tut mir leid freunde aber es geht nicht tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal